Bro, ich bin hier gerade am experimentieren. Wir werden jetzt in eine andere Zeit gehen. Bro, ich bin auf den Nullpunkt, Bro. Der Nullpunkt mag dich nicht, obwohl doch, du bist ja auch eine Null. Oha, guck mal, wo ich bin, Digga. Ich dachte, du willst mein Schüler werden. Wann habe ich das jemals gesagt? Bro, ich habe die Tricks gemacht, von denen du gar nicht weißt, dass die überhaupt funktionieren. Ich hol mal jetzt ein Auto. Ich hol mal jetzt ein Auto. Ich werde jetzt mit Auto reinfahren, Leute. Ich werde jetzt da voll mit Karacho mit der Auto reinfahren. Leute, was denkt ihr, was passiert, wenn ein Haier da oben reingeht? Das werden wir heute testen. Die Mistbusters sind wieder zurück, damals in GTA und jetzt in Fortnite. Oha. Wir sind drauf, Digga. Editier mal jetzt die Pyramide unter mir. Bro, es geht ja nicht. Ey, Digga, ich drehe gleich durch. Bro, ich muss das abmachen. Bauen doch weiter hinten ab. Warum lässt mich doch das abwohnen? Bist du dumm? Du bist so lost einfach, ne? Soll ich jetzt mal fahren? Mach. Ey, ein bisschen nach hinten. Oha, du hast alles kaputt gemacht gerade. Digga, diese Jocke karrt ist kaputt. Bleib der, bleib der, bleib der nicht bewegt. Oha. Real Flex. So, pass auf, was ich jetzt mache. Siehst du da unten das Auto? Ja. Ohne zu sterben, Leute. Nice. Ich glaube, jetzt bin ich weniger cool, weil das so gut ist. Ja, Bro, das ist ja auch nicht so krass. Kennst du gleich 9,75? Ja. Wenn ich sage, spring, dann spring. Guck mal, wie eklig er ist. Äh, mein Auto! Hammer, Digga. Jetzt fahr doch einmal da durch, Digga. Ja, nicht so schräg, du Vollidiot. Das haben wir drunter gefahren. Es ist ein kleiner Schritt für Fortnite. Ein großer Schritt für Standardskill. Ein kleiner Schritt für Estu, weil er eh ein Bummi ist. Wir werden jetzt, äh, in den Nullpunkt fahren. Sind die Leute bereit, das Krasseste zu sehen, was Fortnite zu bieten hat? Heute wird Geschichte geschrieben. Es gibt kein Zurück mehr. Warte, warte, warte. Ich verprügel mein Stuhl. Weil ich so gehypt bin. An meiner Seite. Schmutz, you. Okay, let's go. Okay. Standard Schmutz. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. In den Nullpunkt zu gehen. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Nee, ich würde sagen, ich zähl von 100 runter. 100. Da hast du einfach von 1.000. Nee, das von 1.000. 1.000, 1.000. 1.000. 1.000. 998 992 997 996 Und los, es ist los Let's go Oha, ist das krass Mein Bildschirm wackelt Oha Ich kann mich nicht mehr festhalten Oha, bei mir wackelt alles Oha, bei mir wackelt alles Oha Bei mir wackelt alles, ich seh nicht mehr wo ich hinfahren soll Oha Oha Nein Ich schreib dir wieder zu euch Galactus wollte ich hier, schlepp mich ab Jaja komm, ich schlepp mich ab Sehr gut Wir müssen Gas geben Wir haben noch 15 Sekunden, Bro 15 Sekunden Zehn, neun Acht Sieben Sechs Sechs Fünf Halb Fünf Bro, pass auf Dreh ab Ich komm wieder hoch, ich komm wieder hoch, Bro Okay, komm hoch Okay, das ist gut, 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 Bro Okay, jetzt müssen wir von 10.000 dazwählen 999 9998 9997 Du musst hinten drauf sitzen, SU, du musst hinten drauf sitzen Okay, Bro Los Ich kann nicht mal stehen sitzen Nein Nein Ich war nie die Kontrolle, F, Juuu Ich bin gerade mal dringend drauf Du musst gerade fahren, Schnelli, du musst gerade fahren, lauf, Patent Ich bin zurückkatapultiert worden, Bro, ich bin zurückkatapultiert worden, Bro, das ist wirklich eine neue Meter gewesen, Bro, ich komm hier nicht mehr weg, ich komm hier nicht mehr weg, Leute, also Mensch, ich bin wirklich nach hinten katapultiert worden, gerade Na hör mal seid ihr bereit das meine damen und herren war wieder ein wichtiger schritt für die ich bedanke mich für eure anwesenheit es war nicht einfach auch es war einfach es war alles anreiz einfach die sind um 6 uhr aufgestanden wir haben viel für die wissenschaft geäußert veräußert angeschränkt wir haben viel gemacht um euch zu zeigen wer die experten in fortnite sind